Will! Oh, boah! Come on, ref! Spät auf den Boden! Let's go, team on three, one, two, three! Also als Head Coach ist man natürlich für vieles verantwortlich. Letztendlich verantwortet man ja auch den sportlichen Erfolg. Von daher sind alle Personen hier im Verein auch wichtig für mich. Also ich sehe Banker sicherlich öfter als meine Frau in der regulären Spielzeit. Das kann ich so sagen. Du musst nicht so pressen, aber deine Hände müssen aktiv sein. Ja, let's go. Wir wollen mehr Spiele gewinnen und wir wollen gesund bleiben. Wir haben da nochmal alles intensiviert, haben uns durchleuchtet, unser Verletzungspech irgendeinen Grund hatte. Nein, wir haben natürlich viele Spieler gehabt, die schon eine Verletzungshistorie hatten. Ein paar Sachen, wo krankheitsbedingt Leute sich immer wieder gegenseitig angesteckt haben. Aber ich hoffe, dass wir jetzt einfach gesund bleiben. Everybody, I'm done! I'm! I'm! Als Trainer hat man immer irgendeinen gewissen Druck. Aber ich würde sagen, im allerallerersten Jahr, da war ein bisschen Druck da. Und dann haben die Begeisterung gleich mitnehmen können. Yes, good job! Great job, Will! Let's go! Guys, let's go! Let's go! Ich will ganz sicher in die Playoffs kommen. Und unser Wunsch wäre es natürlich, am Ende der Saison unter die letzten vier zu landen. Das wäre eine riesen Sache. Let's go! Let's go! Let's go! Everybody, let's go! Let's go! Win on three! One, two, three! Okay. Emotions. Emotions. You know what I mean? Emotions. Let's go. Be loud. Be super loud, John.